Hi Leute und wir sind heute in Birkhaven. Neue Update ist da. Eigentlich ist es schon lange da gewesen. Und Leute, ich will mal ein Haus holen und zeig mal wie ich ein Auto hole und wie lange es dauert. Aber ich mache dann noch Musik und ich mache Schnelligkeit und dann gucke ich alle neue Update an und eigentlich los geht's. Musik an! Musik an! Musik an! Musik an! Musik an!